Zurück nach Deutschland, sich selbstständig machen, einen eigenen Laden eröffnen, nicht abhängig sein, das erfordert in diesen schwierigen Zeiten natürlich Mut. Den hat er auch sie, Laura Gottwald, und eröffnet einen Kiosk. Jeder kann sich vorstellen, wie aufgeregt man da ist, dass auch hier alles gut geht. Leider war bei ihr von Anfang an der Wurm drin, denn Einbrecher haben es auf ihren Laden abgesehen und das übrigens nicht nur einmal.